So, und damit herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider 3. Ja, beim letzten Mal habe ich gerade noch rechtzeitig mitgekriegt, dass mir die Aufnahme abgeschmiert ist. Ähm, vielleicht drei Sekunden danach habe ich das mitbekommen. So, äh... Halt. Ähm, wie schwimmt man denn hier nochmal? Ah. Ach, das mit den komischen Hebeln. Muss ich gar nicht machen. Ach so. Sag das doch gleich. Ähm. Ach. Genau, auftauchen wollte ich. So, warte mal. Bevor ich jetzt da rausgehe, trinke ich erst mal noch was. Ach Gott, ey. Ach, das ist doch ein Gesundheitsstein. Ich bin doch doof. Ja, natürlich. Ha! Ähm, warum ist diese Tür abgeschlossen? Machst du hier eher irgendwelche Hemmungen, Kollege? So, kann mir mal einer verraten, wie ich da jetzt raufkomme? So. Boah, jetzt frag ich mich was Leichteres, ey. Ähm, lasst mich raten, ich muss erst mal rüber. Und, tauch mal kurz. Ach, hier ist ein Hebel. Da oben ist der Hebel hier. Warte mal. Ich tauche mal kurz ab. Ähm. So, und würdest du den jetzt bitte ziehen? Lara! Und einfach rufen, bitte. So, ist die Tür jetzt da hinten offen, oder ist die da hinten offen? So, ist das eigentlich zuge? Hä? Kann mir mal einer verraten, wie ich da raufkommen soll? Ist der Hebel? Ähm. Oh, oh, oh. Ähm, so. Ist der jetzt wieder oben, natürlich. Das hatt ich mir doch gedacht. Komm, zieh. Go, Lara, go. Wuh, d, 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 d. Jetzt zieh den scheiß Hebel. Nein, es passiert natürlich gar nicht. Das ist ja mal toll. Alter! Hallo! Ach, ich ersaufe gleich. Wieso geht das nicht? Hä? Bin ich zu blöd für dieses Spiel, oder bin ich mir das nur ein? Äh, warte mal, ich geh mal raus. Hä? Weil ich nicht. Ach, jetzt spielen die Dinger auch noch Feuer. Dann müssen wir gleich. Ähm. Lass mich raten, ich fließe dich da rüber. Äh. Ach. Und lass mich raten, der steht jetzt auf. Da stehtst du auf? Hallo? Äh. Ich wollte gerade sagen, das Spiel hängt. Ah. Nein! Tja, leck mich doch. Äh. Hallo? Hallo? Also, geht doch. Äh, jetzt da hin, ey. Komm mal, ich geh mal ein langsames Stückchen zurück. Zack. Aber jetzt steht er auf. 100 Pro. Geh ich jede Wette ein. Ähm. Seit 5 Minuten nehm ich gerade auf. Okay. Jetzt nur mal zwischendurch aufs Öhrchen geschaut. Äh. Fupp. So. Wirst du wieder rein? Ah, ich frage mich, ob es das in dir geben soll. Hallo. Hä? Ist uns die Tür zu? Oh, Leute. Ja, leck mich doch am Arsch. Wer denkt sich denn bitteschön so'n Fotz aus, ey? Scheiße. Laden. So. Äh. Ja, auf den Baton. Sehr schön. Oh, ist die Scheiße auch noch zeitgesteuert, ey. Was ist denn das für Müll hier? Mann. Äh. Ich halte mich doch am Arsch. Ach. Ist die Gülle an doch zeitgesteuert, ey. Laden. Na prima, ey. Ja, lauf doch mal zu, Junge. Ah. Wie soll man das denn schaffen, bitte? Ah. Oh, Leute. Warte mal. Spiel. Laden. Ich warte jetzt erst mal, bis die Tür wieder zugeht. Das ist die Scheiße auch noch zeitgesteuert, ey. Ich fass's nicht. So, äh. Ja, lauf doch mal zu, Junge. Jetzt. Dankeschön. Ach, du Scheiße. So. Kann man mal einer verraten, was ich jetzt hier machen soll? Okay. Ich werde jetzt erst mal sowas von hart speichern, Leute. So. Ich wollte schon vor Schreck wieder durch diese Tür durchlaufen. Soll ich dir das denn wissen, ey. Ah. Kacke. Ich weiß, was ich machen muss. Spiel. Äh. Laden. Stimmt, 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 stimmt. Lauf, Forrest, lauf! Oh! Mann! Gibt's doch nicht! Scheiße! Ja, nimm mal auf! Spiel. Sichern. Sofort. Danke. Ja. Vielen Dank.